so verloren herzlich willkommen hallo mein name ist aflitz 04 ich begrüße euch zu einem neuen video ja wir spielen heute wie man sehen kann brawl stars und zwar bosskampf das habe ich im letzten video nicht geschafft ja dann würde ich mal sagen wir spielen mit kult probieren wir mal start mal gucken wie weit wir kommen oh also ich verstehe den bosskampf irgendwie nicht doch eigentlich schon aber irgendwie ist es nicht so meint aber ich dachte ich kann ja mal eine runde spielen und dass er auf die zuzeigen geschlechtig bin ja ops naja eigentlich haben wir ganz gut damage schon gemacht also für beginn ist ok naja ja es ist gerade ziemlich früh wo ich aufnehme ich mach das noch mal eben schnell vor der schule weil ich es gestern nicht mehr geschafft habe ich mach mich ganz gut los regt wieder 36 mit 36 habe ich überlebt Vielen Dank. 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 So, perfekt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe immer noch ein Teammate bekommen. Vielen Dank. Vielen Dank. So, los geht's. Schade, das war's. Das haben wir wieder komplett. So, los geht's. Also, ich weiß. Und... 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 Lauf hat Kahn. Na ja Oh, 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 oh. Ja, das war aber irgendwie klar, Bull gegen Bull, der eine hat den, der andere drei, das ist, sag mal, nicht gerecht, ja, weil sie sich ja erarbeitet, aber auch nicht, du kannst das ja nicht leise, sag mal, von der Sterne her ist einfach nicht machbar, sag mal. Egal. Loll, wieder. Ah. Oh. 2. Nein. So, wir haben jetzt 699, also, also. Nächste Runde. So, dann hast du mir gleich nochmal den anderen Wort, das würde ich sagen. Oh. 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 Vielen Dank. Mega, wir haben es geschafft. Erster Platz. Danke dafür. So, dann gehen wir jetzt noch mal auf. So, ja. Schell. Mal gucken, was da passiert. So, ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, bis wir die Zeit gegessen haben. Ne, gut, das kann ich nicht leisten, dass ich mich gleich fertig machen muss für die Schule. Dann geht das Team da drauf. Also, das war ein bisschen kurz davor. Boah, also... Es wird nie einer auf die... Jetzt holen wir mal durch und holen die Gold doch mal hin. Mega. Weiter. Starmark. Wow. So. Verlassen. Ich glaube, es reicht ganz genau. Ich spiel mit Shelly als wärs Bull. Kann man machen. So. 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 Es ist sehr schön, dass du schon wieder da bist... Ja, okay, wir haben eine ganz knapp Ruhe, aber kriegt man eigentlich auch? Ja, 10, aber 10 reichen auf jeden Fall. So, dann lassen wir jetzt noch die Kisten und dann war es das auch. Ja, jetzt nichts besonders gutes, aber...